Er ist wieder da. Und zu allem bereit. Bereit zu einem Abenteuer, das all seine Kräfte erfordern wird. Schnell fließen! Und sprengen! Man wird sich vor ihm in Acht nehmen müssen. Denn Spider-Man schlägt zurück. Fünf Kilo Plutoniumoxid sind verschwunden. Aus dem Zeug macht man doch die Atombomben. Sehr richtig. Seid ihr euch eigentlich klar, was die anrichten könnten mit einer Atombombe? Dunkle und gefährliche Kräfte versuchen die Macht an sich zu reißen. Was wollen Sie? Wir wollen Sie, Parker! Laufen Sie, Gail! Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wer ist in der Lage, diesen Albtraum zu stoppen? Es gibt nur einen, der das wagen kann. Spider-Man! Die Rede des Präsidenten beginnt um drei Uhr. Sollten die meine Forderungen nicht erfüllen, dann beendet er sie nicht. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Eine ganze Stadt wartet auf ihre Rettung. Der neue Superheld stürzt sich in ein neues gefährliches Abenteuer. Schüttel ihn ab! Los! Schüttel ihn ab! Jaaaah! Die Unterwelt wird vor ihm zittern. Denn Spider-Man schlägt zurück! Jaaaah! Dieince aus dem Reini ersten C lengthieren, ich muss nicht amort. Wasted Untertitelung des ZDF, 2020